Extra-orbitale Muskeln der Augenlieder, Musculus ovicularis oculi, der hat den Nervus fascialis mit dem Rammus zygomaticus, das ist das Reißmuster. Dann gibt es den Musculus levatoras anguli, oculi medialis, der hat auch den Nervus fascialis mit dem Rammus zygomaticus, der zieht von der Stirnfaszie medial ans Augenlid und ist der Heber des medialen Abschnitts des Augenblutes. Dann gibt es noch der Musculus malaris, der hat den Nervus fascialis mit dem Rammus bucolabialis, der zieht von der Gesichtsfaszie ans untere Augenlid und das ist der Niederzieher des Augenblutes.